Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute haben wir den Tag nach der Party, nach der Eskalation, nach der coolen Geburtstagsparty. Einige von euch wissen es wahrscheinlich, ich hatte vor einer Woche Geburtstag und heute habe ich quasi, oder gestern, habe ich halt eine Party gefeiert. Ja, ich habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt und habe auch nochmal mir die Geschenke genau angeguckt, beziehungsweise halt so die Briefe oder so Karten halt kurz angeguckt. Da war offenbar auch eine coole dabei mit Happy Birthday und so weiter aufgeklickt. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an euch zwei, die mir das gemacht haben. Einige von euch schauen ja meine Videos. Würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, meine Videos zu schauen. Wir sind mal so verstörend, Leute. Naja, Spaß. Ich bin auf jeden Fall erkältet, beziehungsweise krank, fühle mich nicht so fit, aber wir haben auf jeden Fall heute noch was vor, Leute. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Vielleicht werde ich am Ende nochmal was Kleines verlosen. Ich habe ja noch ein paar Codes da hinten liegen. Ich denke, das werde ich machen. Also lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt ein bisschen später und ich mache jetzt ein bisschen Kaiserschmarrn, weil ich das mal üben will, beziehungsweise weil ich das auch noch brauche. Aber dazu kommen wir später denn noch. Nämlich in einer Woche ist nämlich etwas Besonderes, Leute. Dazu kommen dann aber noch Videos. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen später und ihr seht schon, ich liege im Bett. Ich lag heute im Prinzip den ganzen Tag im Bett und konnte deswegen natürlich auch nicht so viel machen, Leute. Das, was ich heute eigentlich vorhatte, werde ich auf jeden Fall in den nächsten Vlog verschieben, Leute. Aber wie im Video versprochen, Leute, werde ich euch natürlich jetzt noch den Code geben für Streamy Tees, und ist ein Monat lang Premium auf der Webseite. Das heißt, ich blende den euch jetzt hier ein, beziehungsweise zeige ihn euch. Seid ihr bereit, Leute? Hier ist der Code. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wenn ihr alle, lasst einen Aumen nach oben da. Meine Haare sind komplett zerstört, ist mir jetzt aber auch egal, Leute. Ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder topfit am Start für euch. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.